Januallöchen, wieder ein All-Pick, kein Single-Draft, da bin ich ja mittlerweile raus. Ja, Ember Spirit ist unser Nixter. Gut, jetzt hatte ich erstmal 1, 2, 3, 4 Siege. Okay, oh mir fehlt eine Statistik, warum fehlt mir meine Statistik? Naja, ich denke mal mit den 4 Spielen habe ich mich relativ ordentlich aus der Low-Priority herausbaldowert. Ich habe die ja ganz gut abgeschlossen. Ja, 5 Versuche, 2,4 normal, peinlich. Naja. Also die 10.000 sind eigentlich durchaus machbar. Ja, man müsste nochmal, ich müsste nochmal gucken. Ah. Ah. Ist auch ein Mist. Ähm. Hm, naja. Bann-Phase. 10 Sekunden zu weg. 5 Sekunden remain. Hm. Ich siehste mal so grundsätzlich alles an Picks da, wie die... Ändert mal ein bisschen was, wir haben zu viel Carry, zu viel Escape, Initiator und Durabler. Wir brauchen da noch ein bisschen... Chang, Chang, da nicht unbedingt Support bräuchten wir noch einen. Äh, sieht wiederum besser aus. Hm. Haben wir auch ordentlich was an Yuka. Wie nicht? Escape. Ja, natürlich mit meiner... Yuka, der sei oder... Hm. Hm. Scheiße. Ich hoffe, der kommt gleich wieder, sonst ähm... Ja. Bonus-Schaden auf Helden. Ähm. Bedeutet das? Moment. Sars mit unglaublicher Geschwindigkeit über Schlagwerk, greift dabei alle Gegner an uns gewährt, sie über die Anerkennung und kehrt anstehend zu sein. Ungesprung des Politionsgewindigkeit über Bonus gewährt. Bonus-Schaden gegen Helden und versucht verringerten Schaden an Creeps. Bedeutet mein Base-Schaden, ähm, wird auch genutzt. Ja, das kommt... Bis auf den Tropfen... ...und die Flasche... ...eventuell... ...finde ich das eigentlich ganz geil. Ha! I knew they couldn't stay away. Puh. Puh. Okay. Erst habe ich den richtigen Guide gefunden. Hm. Die wären schon sehr geil. Aber ich glaube, das Divine Harp hier sieht ein bisschen anders aus. Hm. Hm. Ich bedrück hier auf der Safe Lane Weaver eigentlich. Hm. 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 Mit... Wie... 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 Ja. Okay. Hm. Weaver auch Stufe 3 Escape. Also haben wir nur zwei mit Escape. Das ist... Hm. Hm. Naja. Das ist... Was? Ich spiele doch kein Bot-Spiel. Wer bin ich dann? So, jetzt noch mal kurz durchgucken, wer, wo, wie. Sieht zwar machbar aus bei... High Damage, High Damage, High... Mit, mit, ähm... Gegen... Je nachdem, wie gespielt wird. High, mit, mit... Muke. Walk a warrior's way. Was zur Hölle? Wie ist es meine Fähigkeit? Was ist das für ein Lachen? Und der Blut spielst du mit Leid? Ach, 18 Stunden? Das stimmt doch was nicht. Das ist so ein Scheiß. Horsflames blazen wieder. Harmonie muss erzielt werden. Naja... Hatte keine Chance. Die haben den... Die haben den gut in die Zange genommen. Tatsächlich. War das nicht so, dass wir hier... Nee. Okay. Ah, keine Boots. Okay. Naja... So... Jetzt sind wir eigentlich... Trotzdem... Wann gibt es denn die Fähigkeit? Ah... Ah... Hm... No path, but through. Hm... Das bin ich eigentlich... Items her eher carry, ne? Ja... It must be done. Waffe ich doch mal. Hm... Ah... 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 Ich muss raus. Ah... Natürlich ist Sky Nuka. Was hat das hier? Sky muss ja Nuka sein sonst. Was muss be discovered? Ja. Ah... Schau. Weiß jetzt, Schau İvo 아니에요. Eine... Weiß ich nicht... Ein... Waaahe... So. Ja. Lego geht... Es wird es... Flickt noch. Um... Be well here. Be cautious. Was? Hm? Okay. Ich kann eigentlich nicht so wirklich. Ähm... Okay. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Was haben wir hier? Ich stärke dich durch den Mann aus. Hm. Leben wäre mir... Ach nee, kriege ich ja mit. Ähm... All action is reaction. Meine Ahnung. Ähm... So... Unsichtbarkeit. Da könnte ich mich hinter einem mit Lowlife stellen, den Fesseln genommen. Ähm... Schade. Wenn er wiederkommt, auf jeden Fall. Hm... Ich hoffe, er kommt in Time wieder. Das wäre... Echt hilfreich. Be cautious. Ist natürlich schon mal... Nicht schlecht. Oh... 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 Was soll's. I shall spin wisely. The way is clear. Hm... Da ist er doch. Hm... The flame protects me. Ach was. Bitte. You will be feared. It must be done. Quite a spree. Harmony must be earned. Ah shit, okay. Das lief nicht so geplant. Aber das ist nicht so dramatisch. A journey without end. What dangers lie here. Hm... Nope. 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 Leider nicht. Flame lights the way. Fear not the forest. Gut, meine... Be wary. Ignite the flame now. I have it. The starward flame flickers. Hm... Leider will ich hier nicht so lange haben. Muss mal ein bisschen gucken. Naja, wenigstens bin ich auf dem westeuropäischen Server. Ist jetzt schon mal... ganz gut was wert. Harmony must be earned. Hm... Achso, ich sollte mir mal meine Schuhe liefern lassen. Die hatte ich eigentlich... Die hätte ich eigentlich mitnehmen können. Verdammt. Oh, warum immer ich das nicht gemacht habe. A journey without end. Dominating. Fire shall teach you. Fertig. Fear not the forest. Hm... Balance in all things. Missing. Hm... It must be done. Oh, das habe ich geschrieben. Auge. Flame lights the way. All paths find. Serenity. Serenity. Ah... Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und, und. Und, und. Ist das so richtig? Oh, ich bin. Ich bin. Erstmal brauche ich meinen Mana und dann brauche ich einfach den Wege-Mana. Boah, könnten wir eigentlich mal was abgeben hier. Oh, das ist eine. So, eigentlich müsste ich den Schuh sperren, damit mit dem nichts passiert, falls ich da irgendwie mal eine Mana-Kugel reinbaue. Ah ja. Oh ja, das würde ich mal als Shit bezeichnen. Das würde ich tatsächlich mal als Shit bezeichnen, dass er da gestorben ist. Aber okay. Hier ist hier ein bisschen was von meinem Hauptattrieb. Das ist nicht so dramatisch. Schade. Nächstes Ziel wäre... ...Wertelflory, Leben und Mana. Unnotwendig. A journey without end. Was? Am I noch? Oh, okay. Ich weiß nicht. All paths find. Seminity. Hmm. Your middle tower is under attack. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war ein Fehler dazu zu schreiben. Ich würde mich niemanden trauer stellen sollen, wenn überhaupt. Das Hearth ist willkommen. Wo ist es, die Flamme schützt mich? Oh, ja. Du hast die Flamme. So, machen wir doch mal was. Das war doch mal gut. Wer war noch hier? Klinks. Ne, Klinks in der Mitte, das heißt Witch Doctor eigentlich hier oben. Das ist gut. All action is reaction. Äh, Slark ist wieder da. Wunderbar. Nein, überhaupt nicht. Ähm. Wie sieht es bei Brew aus? Ach, was holt er sich denn nochmal damit? Hat er gerade das Schild aktiviert? Enemies mit, schau mal. Ach. 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 Oh, der hat ja eigentlich so viel Leben verloren. Ich hätte gedacht, das wäre bei dem mehr gewesen gerade. Neun Lebensregeneration. Ne, stimmt ja wieder mal nicht. Ähm. Definitiv Lebensregeneration. Auch schon sein. Flames liegt der Weg. Nicht. Kein Weg. Aber durch. Kareem, wie meine Envy. Die Stalward-Flame flicke. Kann er die Flame aus? Wer hat die Flame gefeiert? So, da hat er den Drunkstrike, oder wie es heißt. Die Schlechschritte, sieh'n auch wieder nach oben. Shit. Nein, 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 das ist gar nicht. Das war wirklich nicht gut. Aber wir bekommen ja auch keine Hilfe. Ich meine, die Schlechschritte ist. Schon da, aber... ... 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 Du hast keine Chance. Was? Da hilft der da nicht. Ist das dreckig. Schade. So. Aber hallo ja. Das war jetzt mal nötig. Ja. Oh shit. Oh shit. Oh shit. My god. Oh shit. Oh shit. Wunderbar das jetzt schon Level. Oh shit. Okay. Das ist tatsächlich verwirrend. Warum ist der Kerl... Nee, Junge... Ah, Scheiße... Ich hätte da hinklicken müssen, das ist mal ein Scheiß... Ist geil, wenigstens jetzt wieder unterwegs... Mehr, mehr Tod, Triple Kill... Mein Gott... Ihr Gesicht ist heiß... Ja... Das dürfte eigentlich gar nicht so stark sein... Das dürfte definitiv nicht so stark sein... Nicht mit dem wegen den Gegenständen... Angst, nicht die Wurzeln... Du hast... Klingst... Ähm... 100... Okay, ich habe Klingst gesehen... Es muss sein... Äh... 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 Es ist wirklich... Äh... So... Scheiße... Äh... Äh... Nicht schlecht... Nicht schlecht... Nicht schlecht... 1,5,10 ist nicht gut, aber Mist. Okay, der ist lieber. Definitiv. Das Problem ist, mir auf Level 11 bin ich noch nicht so weit. Er ist einfach nur momentan ein bisschen beschissen, dass ich kein EP sammeln kann, weil immer wer ja bei mir ist. Vor allem bräuchte ich auch noch Blast Hits. Das ist, um, 10. On and on again. Be well, be swift. I need more time. Tiger! Illusion! All right, let's go. What must be discovered. Come. You face the chain in the searing heat. The enemy's... Flame lights the way. So, okay. You have no chance. Ah, let's go. Ah. Ah. Let's go. What dangers lie here? Bund forth, my friend. Okay. Balance. In all things, I burn more brightly. Der Skar ist unter attack. 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 Du hast die Fläche. Die Harmonie muss erleden. Der Skar ist unter attack. All action. Oh ho 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 ho! Radiant structures are fortified. No pets. Not the rest. Never refuse gold given. The stalwart flame flickers. Walk a warrior's way. Destiny awaits us all. Let's lie here. Tis not your time. How is that? Harmony must be earned. No. Ah, I don't know. What do you mean? Vibration is... Unrecorded. Vival split! You bitch! Hm. Deswegen setz dich da drauf. Okay. Das war gut. Lesen in death. On and on again. The road is endless. Approach, if you dare. Balance in all things. Hm. Scheiße. Walk a warrior's way. Wie auch immer der es geschafft hat, das nicht so... What must be discovered? Ah. Fear not the forest. Ah. Ah. What do you buy? Huh. Younger, younger. Hmm. All paths find. Serenity. Ist das in so... Oh, my love. I aspire to mourn. I shall teach you. I shall teach you. I am on the range. Ahhhh. Hmm. War, please. Soon, I end. I am not your bottom. Oh, shit. I see. I am not your bottom. Oh, shit. Keep murdering. Dominant, besides double kill. Wow. I burn once more. Use that scorching fellow. Oh, no. 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 No, no, no. Komm unter Humilität! Tja... Dein Top-Tag ist unter Attack! Das hat eine weitere Range als gedacht. Hmm... Meinst du wirklich... Okay... Okay... Jetzt bin ich blöderweise silenced. Wo habe ich denn, Mann? Wo habe ich denn, Mann? Okay... Kann mal nicht sein, dass ich nach 32 Minuten mir keine Battlefury kaufen kann. Ist auch wirklich nervig. Ah... Mist... Eigentlich müsste ich mit meinen Schuhen jetzt pushen. Und zwar in einer Schuh-Spirit-Kombi. Okay... Hm... Und der Sky hat nun mal wieder... Ja, nun mal einfach mal wieder. Mit meiner Regeneration bin ich eigentlich ganz gut. 20... Ja... Scheiße... Okay... Ich hätte ihn noch, äh... festbinden können. So... Jetzt habe ich natürlich keine... Ich habe ihn mit dem Schuh-Spirit-Kombi. Ich habe ihn noch nicht. 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 Ja... Ich meine... Hätte ich meine Battlefury... Könnte ich mir schnell den... die Schuhe holen. Ja... Nicht wahr, aber... Ich frage ihn. Hallo? Be cautious. Na ja.... Balance in all things. Bein und weiter, mein Freund. Ja... Ihr hindt ist. Ja... Hm... Ah. Woaaah Die Schrein Ich bin jetzt schon Mein Gott, das ist wirklich nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Das Reaktion, carry forth the flame. Okay. Undrund for service. Attemptive training in, you and I. Undrund. 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 So, und jetzt endlich. Schuhe. Jetzt endlich die Schuhe. Okay. So. Ah ja, ist aber doch schon was. Scheiße. Alter. Hatte ich gerade Glück gehabt? Alter, ja. Ich glaube, ich habe gerade richtig Glück gehabt, dass er noch nicht voll sichtig ausgerüstet hat. Was muss be discovered? Who's that scorching fellow? The way is clear. Be wary. Be cautious. What girl? Hmm. Ich kaufte ja einfach keine Warts. Ah. Hmm. You face the flame. All paths find serenity. My image steps forth. Fear not the forest. So. It must be your place. It must be your place. Prepare for this. Cut. Oh, okay. Nein. Geht ja jetzt nicht mehr. Scheiße. Was für einen Moment. So. Komm schon. Komm schon, dämlicher Kurier. A trial by fire. Hä? Was ist das denn jetzt? Was zur Hölle? Ich hab mich denn meinen Scheiß geklaut. Wollte mich gerade zurücksetzen, aber... Die waren einfach viel zu schnell mit ihrem Schaden. Wo kamen die überhaupt was anderes her? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Die Radianz-Towers sind fortified. Geh, was du mit dieser Information hast. Klingt's... Der ist natürlich echt übel, gegen den kann ich nicht anstinken. Den habe ich erstmal silenced. Der ist viel zufrieden. Der ist viel zufrieden. Ich bin schnell genug. Nicht schnell genug, nicht schnell genug. Freize! Gotcha! Death has cold fingers. Balance, be well, be swift. Flame lights the way. All paths find serenity. All action is reaction. Fear not the fo- A journey without end. So Dustin. So Dustin. A journey without end. So. 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 Careful. My blood's alcohol. So. кров centres. кров centres. Six. He's missing the water. Ein Blink hätte ich noch brauchen können, tatsächlich. So? Your ancient is under attack. Die, hatred! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Wie, 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 was zur Hölle? Was habe ich gelernt? Okay. Ich habe irgendwelche Erfahrungspunkte bekommen. Mit HOD! Alter! Das ist ja mies. So ein großes Paket. Na gut, dann auf ein neues. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich habe mich nicht mehr als Selbst verletziert und kein Recht. Ich habe mich nicht mehr, selbstverständlich. Ich habe mich zu wahren. Ich habe mich nicht mehr von Herrn,